Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir sind wieder mit Yatze unterwegs. Wir haben ja letztes Mal leider eine kleine Niederlage erlitten. Kleine, die war ziemlich groß, diese Niederlage. Ja, hat sie uns die Motivation geraubt, Jasmin? Auf gar keinen Fall. Hat sie uns unseren Willen gebeugt? Man. Was werden wir machen? Genau, erstmal werden wir unsere Freundschaft pflegen. Ja, und werden wir uns ihr beugen? Oder werden wir wie Helden hinausziehen in die weite Wildnis und unseren Standpunkt klar machen? Wir gehen gleich looten, damit wir schön hier für Munition und so. Werden wir aus unseren Fehlern lernen? Auf jeden Fall. Echt, werden wir? Ja, 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 werden wir. Okay, dann komm, Jasmin. Wir haben doch schon verbessert. Äh, ja, ja. Ja, wir wollen ja. Man sieht jetzt kaum hier im Dunkeln, ne, aber... Komm weiter weg jetzt. Das ist der Schoß, glaube ich, besser. Höh. Gut, das... Was hab ich gemacht? Was für den? Du brennst. Oh! Ich wusste gar nicht, dass ich mit G-Sachen, die ich in der Hand habe, runterschmeißen, also wegwerfen kann. Ähm. Hilft zwar nicht gegen den dicken Polizisten, aber... Ja, aber wenn wir das alles... Wir kommen hier erstmal nicht so schnell rüber, ey. Ja, nächstes Mal werden wir das alles auf Beton aufwerten, aber wir haben jetzt hier ein paar... Ja, dafür brauchen wir Steine. ...ein paar Poller mehr gesetzt. Den, den und... Nee, der war schon, aber die beiden äußeren. So, in der Hoffnung, dass die da hinten schon raufhopsen, runterfallen, weil der Weg... Dann ist der Weg ja um einen verlängert, ne? Also Ästen habe ich... Das packe ich jetzt erstmal da rein. Lehm. Wird schon. Ähm, Rohre brauche ich. Äh, Steinpfeile brauche ich nicht. Brauchst du noch Steinpfeile? Äh, nee. So, trinken vielleicht. Ich habe zwei. Ich gucke mal, was das Dach macht. So. Au, sammeln. Nö. Okay. Und hier... Ich habe immer einen. Stein, ne? Ja, wir wollen müssen ganz viel Stein jetzt wieder sammeln. So, und hier. Gut. Also, ich wäre soweit. Da. Ich wäre soweit. Äh, wollen wir zum Händler, dass wir eine Quest machen vielleicht? Ah, nee, wir haben ja noch eine Quest. Habe ich nicht noch meine eigentlich? Ja, ja, vergib... Äh, finde die vergrabenen Vorräte. Ja. Begib dich zum Sammelpunkt in 578 Metern Entfernung. Beginne mit der Suche. Aber Obacht. Diese Suche steckt voller Gefahr. Oh, was ist denn hier schon alles betoniert? Ai, ai, ai. Oh, das sieht aber... Oh, symmetrisch. Sehr schick, sehr schick. Mhm. Das wird was. Hier stirbt keiner beim Blutmond. Aha. Ich sag dir, das wird später der Shit. Ich hab auch was mit nem Torbogen geplant. Wir sind ja nur... Wir sind ja nur gestorben, weil die... Weil der Polizist gespuckt hat. Und dadurch ist offen gewesen. Und weil... Wie gesagt, das war, glaube ich, zu kurz da. Äh, ich glaub einmal... Ich hab ja nicht gerafft, dass ich hätte das Maschinengewehr wechseln können ins Selbstgebaute. Äh, das war einmal so ein Mangel. Und... Wir hätten ja auch zwischendurch wieder reparieren können. Haben wir ja auch nicht gemacht. Außerdem hatten wir das nur auf Pflastersteinen. Also... Ja, ja. Schwierig. Oh ja, passiert. Gehört dazu. Ich glaube, dass da viele Komponenten zusammengespielt haben. Wär ja langweilig, oder? Nee. Also normalerweise gehört sowas nicht dazu, Yasmin. Das darf nicht passieren. Jemand hat Spaß, wenn andere scheitern. Ja, ich find das lustig. Wir haben nur Spaß, wenn wir hier durchmarschieren, als ob das Spiel gar nichts wär. Äh, ich spiel halt so... Es ist halt für mich nur ein Spiel, ey. Yasmin, bitte. Ja. Jetzt wirst du aber lächeln. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man, ne? Oh, die Sonne kommt. Hm. So, wo gehst du denn lang? Da, wo ich hin muss. Ja, Kumpel, ich komm ja hier raus. Ja, warte mal ab. Gleich bin ich da. Die ist voll gut hier, die Hacke. Nö, ich hätt auch aufgegeben, bevor ich komme. Meinst du, der hat Angst vor dir, oder was? Äh, auf jeden Fall, der Kopf in den Sand gesteckt. Näch. 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 Ja, Opi. Oh, das windet. Guck dir doch mal die schönen Blumen an. Oh, alles so schön weiß und grün. Was ist er denn, ey? Wer? Wo? Wo bist du? Ein Typ, wie der eben gesprungen ist. Ähm. Der, der da liegt. Äh, ich hab zwar in dem Fall High Ground, aber ich seh ihn nicht. Er liegt schon, schläft. Hm, ja. Oh, was ist das? Also, ich hab ihn nicht gesehen. Naja, der liegt ja auch. So, wenn Jasmin zu Fuß geht, dann nehmen wir das Fahrrad. Wer hat's die Fahrrad, nehmen wir ein Auto. Sag mal, weißt du, was ich mich gefragt hab? Professor, kannst du schon ein Auto bauen? Du hast doch den... Ne, leider nicht. Ähm, du hast ja die Möglichkeit, diesen Helikopter zu bauen, ne? Ich? Nein, also generell in dem Spiel. Ach so. Wenn man sich bei Blutmond ganz weit oben am Himmel in diesem Hubschrauber befindet und den vor den Vögeln wegfliegt... Keine Ahnung, versuch's doch einfach. Frag mich doch nicht sowas. Ich hab Angst, dass ich da scheitern könnte. Das wär untypisch für mich am Blutmond. Oh, Kartoffelsamen. Geil. Oh, Pilzsam. Äh... Sollte ich's hier sagen? Ah, ne. Ne, alles gut, der will gar nicht zu dir. Ja. Möglicherweise haben wir deswegen den... Oh, ups. Blutmond verkackt, weil du nicht triffst. Three. One eighty. Heute ist so da. Okay, nochmal. One eighty. Oh, so weit. So gut hier mit dem Stand. War's so klar, oder? Ja, 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 ja. Ich spiel gern mit meiner Leiche. Äh, mit meinem Futter. Äh, ich mein mit, äh, von... J... Jürgen? Ist das Jürgen? Jürgen. Oh, in der großen Butze. Vergrabene Vorräte. Ach ja, stimmt. Man muss ja außerhalb der Stadt sein, ne? Hm? Na, wenn's hinter dem grauen Haus ist, dann, äh... Was ist der denn, ey? Wen hast du gesehen? Ach so, diese... Ach so, diese Figur, oder? Das ist eine Vogelscheuche, Jasmin. Aha. Oder eine Zombiescheuche. Wir können ja auf dem Rückweg mal hier ins Haus reingucken, ob da wieder was ist. Beware of dog. Hi, ich hab jetzt ein kleines Hund. Jasmin? Hm. Wie, wie sinnvoll findest du das? Achtung, da ist ein Hund, auf eine Hundehütte zu schreiben. Hm. Also... Ich glaub, ich werd am Schlafzimmer auch so, Achtung, hier schlafen manchmal Menschen... Hier, in die Trat. Ja. Willst du das zuerst abbauen? Ja, warum nicht? Okay. Tunnelarbeiter, 2.0. Der Vorteil ist, dass wir auch wieder Stein kriegen. Keine Ausbauer. Hast du... Hast du das gehört? Ach, das warst du. Ah, hier ist das Frageausrufezeichen, ne? Ja, willst du das jetzt doch zuerst machen? Mega. Wollt hier einmal die alte... ...pillen. Die Dame, Jasmin. Die Dame. Ja, sorry. Das ist da, was da läuft. Uh... Hast du mein Pfeil gehört? Hä? Hat's gezischt an deinem Kopf? Nö. Ich hab ganz knapp an dir vorbei in sie reingeschossen. In sie rein. Wo ist denn dein Kreis hier? Ja. Da. Oh, da müssen wir erstmal den Baum aus dem Weg räumen. Ja, da kannst du ja gar nicht vorn, ob dich puddeln kannst du da. So, mittig. Was hast denn du für eine Stufen... Äh... Äh, sechs. Mit Mod. Jasmin, hinter dir! Oh, was ist das? Alter, den hab ich nicht mal gehört. Wart, das ist brutal. Ich... Ach, das bist du. Äh... Ich hab hier schon einmal den Klingelbeutel gehört. Ja, hab ihn auch gerade gehört. Warum ist jetzt so ne komischen... Aber, ich find... Warum haben wir eigentlich noch nicht... Gibt's die überhaupt noch diese anderen Welten? Ich seh den, Schatz. Oh, danke. Ach so. Das sieht aus, als ob du da hintinkelst. Äh... Äh, ja, ja, ja. Jetzt kommen welche. Äh, ich glaub... Äh, paar mehr. Ja. Aber wo? Okay, du hast nachgeladen. Ich lade nach. Da kommen gleich nochmal welche, wenn ich die Kiste nehme. Diese Kru, ich hab doch auch, also... Ja, ich guck nach. Äh. Okay, das gab Munition. Okay, jetzt werden nochmal welche kommen. Soll ich vorher hier rauf... Äh... Ja, raus, raus, raus. Ich will raus, ich will raus. Ja, ja, ja. Ich mach hier ein... Ich schützige Hände, Alter. Vorsicht, da kommt was. Lass mich hier raus. Ist mir egal. Wo denn? Nein, der ist gerade hier runtergerutscht. Ey, die spawnen hier alle nach, ey. Ja. Ey, was ist mit ihm los, ey? Rollzfeuer. Haben wir irgendwie schlechte Laune? Vorsicht hinter dir! Oh, ich dachte, den hast du im Blick. Ich hab mich erschrocken! Ich wusste nicht mehr, wo ich war, eben. Wie du wegläufst. Ja, weil ich eben nicht mehr wusste, wo ich war. Wo ist er denn? Tot. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Alter, ich hab richtig Herzrasen. Der stand auf einmal hinter mir. Einen höre ich noch, aber ich sehe ihn nicht. Ja, ihr auch. Ach, hier. Oh. Okay, das war's. Oh. Alter, meine Hände sind schwitzig, ey. Alter, hab ich mich verjagt. Boah. Ja? Oh, jetzt ist das auch noch neblig, ey. Nebel, Nebel, Nebel. Krill, Krill, Krill. Oh. Adrenalin, ey. Ich will noch mal schnell ein bisschen Nitrat mitnehmen. So ein bisschen bis auf tausend vielleicht. Windlich gewesen jetzt gerade ein bisschen. Absoluter Kreislaufzusammenbruch. Boah. Hier ist Kohle. Moneten. Mäuse. Moos. Knete. Zaster. Und all die anderen coolen Begriffe, die mir gerade nicht anfallen. Aha. Vielleicht. Oh, ne. Oh, ein Goldnugget. Das trifft sich ja gut. So, noch mal ein bisschen. Oh, 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 oh. Diamanten, Jasmin. Diamanten und Rubinen. Edelsteine für mich. Na denn? So. Äh, wie... Oh, und Silber. Ey, das ist eine Goldmine. Äh, wie viel Nitrat soll ich denn erstmal mitnehmen? Genocht. Weil wir werden ja immer wieder losgehen. Oh, lass das mal. Alter, mein Herz rast immer noch mega dolle. Äh, warte mal. Äh, wenn ich haben möchte, den Erdbohrrer. Erntewerkzeuge, ne? Erntewerkzeuge, 60 Bücher. Äh, erntewerkzeuge, 60 Bücher. Äh, erntewerkzeuge. Äh, du, 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 du. Ja. Den Bergarbeitermeister habe ich auch Max. Max. Maximus Prime. Ist der, ist die Schwester von Optimus. Mhm. So. Okay, ich bin wieder draußen. Äh, da lang. Ne, da lang. So, ich habe nochmal zwei richtig dicke Eier, Jasmin. Mhm. Ähm, ich müsste mal die Nieren. Wie sieht es denn aus mit einem kleinen Picknick? Packnick. Packnick. Kommt hier noch einer oder bist du das? Das bin ich. Hört sich das an wie was Dickes, was durch hohem Gras läuft? Mhm. Dann bist du das. Macht jetzt auch so Geräusche wie... Hihihi. Hihihi. Was? Hey, warte, wieso hast du die bessere Spitzhacke? Weil ich die gefunden habe. Gib die her. Jasmin, gib die wieder her. Ah ne, die habe ich mir beim Händler ausgesucht. Die ist ja besser als meine. Ja, richtig. Was, was für eine so zierliche Dame wie du mit so einer großen Spitzhacke. Das ist sie nicht. Aber du könntest ja im Gegenzug... Das ist sie immer noch nicht. Aber du könntest eine handlichere Damenspitzhacke bekommen. Nein, möchte ich aber nicht, danke. Das wäre auch eine, die du ordentlich schwingen kannst, ne? Mhm. So. Oh, in der Zeitung steht was von Nuklear. Daily News. Wie waren wir letztens? Wollten wir nicht in das graue Haus? Wollten wir nicht erstmal zum Händler? Wollten wir nicht irgendwas machen? Erstmal zum Händler? Okay, und was wollten wir machen? Die Quest abgeben? Oh ja, die Quest. Das ist so... Das ist ja... Ich brauche deine Hilfe nicht. Nein, ich brauche deine Hilfe auch nicht. Geh weg. Lass das, Jasmin. Nein. Hör auf. Dann nehme ich mal die Kleinsteine hier nur. Ja. Außer der. Das ist meiner. Und das ist auch meiner. Meiner. Verdammt. Nein, der ist mein Baum. Kannst du jetzt mal weggehen von meinen Sack? Nein. Ey. Nur ich darf jagen. Ich will den Baum nicht mehr. Du kannst ihn haben. Da steht er. Nein, ich will meinen eigenen haben. Er ist nur klein. Ich brauche selber Holz. Ja. Patrick. Zieh ab jetzt. Ich brauche auch das Holz. Jasmin. Sei doch mal nicht so. Ah, den wollte ich auch gerade. Das ist jetzt aber ein dummer Zufall. Also das war jetzt... Komm, ey jetzt. Zieh dich. Das war jetzt nicht, um dich zu ärgern. Das war wirklich ein ganz dummer Zufall. Aber ich dir überhaupt nicht, ey. Ey. Das ist meiner. Ich habe ihn zuerst angehackt. Nein, Jasmin. Lass das. Und wegen dir habe ich Sand eingesteckt. Ja. Ey. Oh. Gutes Zeug. Oh. Nimmst du eigentlich die Kleinsteine nicht mit? Doch. Ne. Anscheinend nicht. Gutes Zeug. Oh. Ah. Jasmin. Jasmin. Die Touren machen doch immer wieder Spaß. Hm. Worauf schießen wir? Oh. Der geht mir auf den Sack. Guck mal. Guck mal. Hier ist ein Baum. Guck doch mal. Na, Jasmin. Wenn es noch voll, können wir mal kurz gucken? Ach ne. Du alte Spaßbremse. Oh nein. Wenn die wieder zuerst am Händler ist, dann dauert das wieder 20 Jahre. Oh. Bis die fertig ist, habe ich ein Vollbart bis zum Bauchnabel. Zieh, Junge. Zieh. Nein. Nein. Congratulations. Sieh. Warte. Sucker. Ob ich meine Quest zumindest abgeben kann? Ach, ich bin voll deswegen, oder was? Aha. Eisen-Vorschlaghammer. Nutz gar keinen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür der Gut war. Nahkampfschaden. Schaden, Schleich, Block, Blockschaden. Der Vorschlaghammer ist eine der besten Waffen, um Schädel einzuschlagen. Kann mit einem Reparatur-Kit repariert werden, kann zu Eisen zerlegt werden. Soll ich den einfach mal mitnehmen? Ich meine, eigentlich brauche ich den nicht, aber... Star's Taste und so? Eigentlich will ich den gar nicht hauen, du. Kann alles hier mit klein hauen. Ich glaube, ich nehme eher die Mollis. Oh. So, dann, äh, was ist das? Knochen. Oh. Hast du ein Problem, oder was? Nein, 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 nein. Das ist ja gut. Also, ich... Nee. Wie lange hält der? Sechs Minuten. Warte mal, welches war'n das? Ah, das ist gar nicht mehr da. Ah. Bist du fertig? Sehe ich so aus? Äh, äh... Soll ich ihn noch mitnehmen, ey? Würde. Guck mal, ob er Würde im Angebot hat. Würde? Ja. Jasmin, der Boden ist Lava. Hm. Mal jetzt etwa langsam hier. Okay, pass auf. Ich muss zum Händler, darf aber nicht den Boden berühren. Oh. Okay, ähm... Jasmin? Kannst du den Stuhl mal zum Händler schieben? Du bist gar nicht so... Ich mag dich nicht, aber ein Wort der Hinweis. Nächste Mal, batze, bevor du zum Jobinrichter kommst. Müssen wir ein paar Eichen haben? Eichensamen? Ne. Und Silberklumpen? Ja klar, die nimmt er wieder. Fünfzig? Diamanten. Gold. Äh. Habe ich die gefunden oder habe ich die nicht ausgepackt? Nicht gefunden, kann es sein? Ich nehme die mal noch mit. Du wolltest verholt werden. Ja. Okay Jasmin, wie sieht der Plan aus? Wo wollen wir hin? Ich wollte erstmal die Sachen wegbringen. Welche krassen Abenteuer stehen uns vor? Oder können wir mal kurz gucken wegen, wer was hat? Ne. Ähm. Ich habe... Ich habe Brechssand. Ich habe Lehm. Ich habe Eisen. Ich habe Blei. Ich habe Federn. Ich habe Eier. Du nicht. Ich habe Plastik. Mehr als du, ey. Äh, äh. Lappen? Ne, ja, du wusstest einer. Vitamine? Äh, äh. Nimm zwei Vitamine und Naschen. Dose Lachs? Ne, das ist nicht. Brauchst nicht. Ne. Äh, ja, das war's, ne? Okay. Halt Stein hätte ich sonst noch. Nitrat? Äh. Hast du ja auch. Ja, habe ich auch. Ja, stimmt. Wer will das haben? Du oder ich? Mir ist das egal, GPR. Mhm. Warte. Ja. Okay. Bist du überladen? Null. Ich auch. Okay. Was wollen wir machen? Du wolltest doch in dieses komische Haus da, oder nicht? Da sind wir doch schon tausend Meter von entfernt. Ja, und was willst du jetzt machen? Da hinten ist meine Quest. Wollen wir mal in das große Haus hier? Welches? Das hier. Wer hat? Das hier. Das hier. Das stelle ich doch. Das hier. Das Haus. Das stelle... Hä, da waren wir doch schon mal drin, oder nicht? Das Haus. Hallo, da waren wir doch schon mal. Ja. Ja, was willst du denn hier nochmal? Äh, war hier nicht geiler Loot irgendwo oben? Keine Ahnung, du wolltest hier rein. Wo kommt hier was? Äh, hier. Hier kam was. So, hier ist nämlich richtig guter Müll mit 288 Messer. Ja, hier ist wohl. Hier ist wohl. Aber hier ist ein richtig guter Müll. Ne, hier waren wir noch nicht, ne, oder? Äh, doch. Einmal durchgegangen bin ich hier, aber ich glaube nur Erdgeschoss. Ja. Hm, oder war ich hier oben? Ich könnte auch da oben gewesen sein. Aber ich war hier, glaube ich, nicht. Hi. Komm mit, hier geht's hoch. Ein einsturzfertiges, oh, ein einsturzgefährdetes Gebäude. Das macht Spaß. Also ich habe meine Seite fertig, was ist bei dir so? Äh, guck da besser nicht hin, Jasmin. Guck da besser nicht hin. Äh, Militärrüstungsteile. Ey, diese Rocker finde ich mit am schlimmsten. Ey, hier kann man raus. Hast du jetzt schon alles durchgesucht hier? Äh, ich bin so grob überflogen, weil so viel Platz habe ich nicht. Ich gucke ja hauptsächlich nach dem Hauptblut. Na, Bücher. Ja, und warum läufst du an der Tasche vorbei? Oh, ein Kochbuch. Ist nicht hauptlich genug. Weißt du doch nicht, du weißt doch gar nicht, was da drin ist. Nicht das, was ich möchte. Weißt du doch nicht. Okay. Den habe ich. Äh, Stiefel, Gammelfleisch, Unitrat. Sehr wichtig. Hinter dir, Jasmin. Sie kommt direkt auf dich zu. Ihn, hast du ihren Schlüffer gesehen? Ja, ich habe reingeschossen. Sonnenbrille brauche ich nicht. Nee, wir sehen auch so cool aus, ne? Ich. Du, du, natürlich du. Ich bin hässlich. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Hä? Äh, krasse Musik. Oh, jetzt kommen auch noch die ganzen Rocker hier. So, hat noch einen nachfragen hier? Äh, ja, ich hätte eine Frage. Ist grün... Ja, ist grün eigentlich blauer als rot? Was ist hier? Klö. Ähm... Was ist rot? Ist grün eigentlich blauer als rot? Oh Gott. Warum frage ich eigentlich? Nee, ich frage. Jasmin, das spiegelt. Ich frage, du antwortest. Irgendwas ist hier zusammengebrochen? Ja, unter meiner Fettlast der Teppich. Nix. Äh, ein Badezimmer, das aussieht, wie jetzt hätte Jasmin das geputzt? Ja, gar nicht. Was? Wenn ihr das nicht ständig dreckig machen würdet, dann wäre das auch mal sauber. Er hat das gesagt. Du. Oh, die Tür ist zu. Oh, hier geht's ja noch weiter. Ja, nach oben. Hä? Ich bin schon fast... Oho. Wo bist du? Kommst du? Bist du über mir? Ach Gott. Ja, ich kann schon weiter als du. Ja, ich bin da. Warte, warte, warte. Mein Auge juckt. Ich mach dir kurz die Tür zu. Sein Ernst? Was ist mit... Was ist mit ihm gewesen hier? Okay. Wir haben... Wir haben Musik. Ey, ich sehe aber keine. Vorsicht, deine Zwillingsschwester. Ich wollte doch schnell... Gehört, du. Was? Was? Ich hab nix gesagt. Oh, geil. Danke. Du doch nicht. Oh. Juhu. Was? Ich hab ne Stufe 6 Axt. Hab ich ja auch. Hm, schippe dich. Nach dir... Nach deiner Meinung... Welche? Stahl oder Eisen? Äh... Eisen. Ja, hab ich auch. Na und? Will ja keiner wissen. Oder hat hier einer nach deiner Meinung gefragt? Ich bin ja mal jung, es wurde gerade die Null gewählt. Ey, hör mal. Hörst du das? Level up. Hörst du das? Sechs Fertigkeitspunkte? Wieso hab ich den selbst? Sechs? Oh. Äh, vom Blutmond vielleicht noch ein paar Punkte? Ja, das kann sein. Welches Level bist denn du jetzt? Äh, kleinen Moment. Ich bin Level 56. Fünf, sechs. Was? Fünf, sechs, Nase. Hier unten ist der Hauptblut oder was? Hm, ja. Laut Lampe. Hier ist ein Save... Einen Fernseher. Ja. Okay, da komm ich nicht rein, so. Aber hier kommen wir raus. Äh... Nimm nur mal einen Heizkörper mit. Hast du die Heizkörper abgebaut? Wenn dir welche aufgefallen sind? Nee, ne? Ich hab hier gerade ein doppeltes Problem. Wo? Wo? Bei mir. Achso, okay. Wie komm ich nicht runter raus? Äh, geduckt. Steuerung. Ich weiß, wie man die duckt. Das ist die Taste ganz unten links auf der Tastatur. Ich muss gleich mal... Ich hasse es, wenn sie das tun. Hallo? Hm. Ob du hier auf Preis bezahlst bei verschiedenen Zimmern? Weil die sehen eigentlich alle gleich aus, ne? Wo ist die Präsidentensuite? Wo ist denn der Hauptblut? Da drüben, wa? Kannst du mal kurz mit Hause machen. Hier ist auch noch was. Im Fahrstuhl ist auch eine Treppe. Hier ist Essen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das alles mitnehmen kann. Na, eine Dose Erbsen. Kannst du die noch mitnehmen? Ja. Ah, hier ist eine Lampe. Und ein Brett. Ach. Komm. Ja, ja. Ich bin da. Hä, komm. Hä? Hä, aufs Brett, du... Hä, was? Boah, bist... Jetzt bist du da bei mir. Du bist gerade ein Roboter. Ich hoffe, du fliegst jetzt nicht. Wenn, wenn ja, dann geh ich nach Hause. Du kannst hier alleine spawnen. Hä? Was? Wohin soll ich denn fliegen? Na, vom Server. Ich dachte, dein Internet kackt grad ab. Hä, hier? War die Lampe und nix ist hier, oder was? Ja, wir haben's nur noch nicht erreicht. Hier ist noch ne Tür. Wird Treppenhaus sein, denke ich aber. Hinter die... Ich muss nachladen. Ich lad mal nach. Alter. Easy peasy, Mr. Schneezy. Nix. Easy peasy, seitdem hier ist auch noch was, ey. Easy peasy, Mr. Schneezy. Oh, ich nehm nochmal den Heizkörper mit. Das gibt guten Messing. Hier ist noch Blei, Emil. Ja, nimmst du mit? Nee, ich hab keinen Platz mehr. Okay, warte. Hab ich, hab ich. Roger, roger. Aha. Hier ist ne Treppe nach unten. Wo bist du? Ach, da. Äh. Also streng genommen, wir können hier zwei Etagen gehen. Klee, Beband und Shemway. Ich will hier mal reinhuschern. Hallo? Hier waren wir schon. Aber waren wir hier nicht auch schon? Äh, ne. Klar. Ähm, wo ist jetzt hier der Hauptflug? Hä? Was ist das jetzt hier? Hä? Das kann nicht sein. Vorne war doch auch ein Sofa. Ja, aber Hauptflug, da muss ja... Warte mal, ich hab doch hier ne Tür aufgeschlagen. Irgendeine. Die hätten wir eigentlich nicht gehen sollen. Guck mal, was hier ist. Achso. Da waren wir schon. Äh, hier ist noch ein Heilskörper. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ist du sicher, dass wir die Treppe da schon waren? Die Lampe zeigt hier rein. Die Tür war zu. Äh, ist hier vielleicht irgendwo noch ne Lampe? Äh, irgendwas haben wir übersehen. Hm? Wir sind auf der Rückseite von dem... Sofa. Hier waren wir noch nicht drin. Hier ist aber nix. Hier ist noch ne verschlossene Tür. Wappenhaus runter. Hm. Ja, aber das ist ja ne Etage tiefer. Und? Das zeigt doch keine Lampe hin, oder? Ich glaub, da waren wir schon. Oh ja, ja. Äh, da war man noch nicht. Ja, ja. Da zeigt auch ne Lampe hin. Okay. Ist richtig, ey. Ich geb dir Deckung. Ja. Ja. Ich hab dein Rücken. Ich hab dein Rücken. Nein, da waren wir schon. Äh, nein. Hier waren wir noch nicht. Haha, hast du doch gesagt. Ähm, hier ist ein Loch im Fußboden. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon runter sollen. Wenn wir nicht erst mal gucken hier. Ja, ich würd auch sagen, wir gucken erst mal die Etage durch. Ah, guck mal. Oh, oh, wow. Guck mal. Wir hätten nur hier lang gehen müssen. Aber hier ist kein Hauptblut, ne? Da bist du durchgegangen. Ja. Gut, dann hopsen wir ins Loch, wa? Bist du bereit, du Maulwurf? Tunnel geraten. Ah, oh Gott. Einfach reinspringen? Mhm. Aber ich geh erstmal nach Hause, mach mich leer. Hm. Ich knall dir eine gleich. Ich komm. Ich bin schon draußen. Patrick. Mach jetzt keinen Witz. Reingefallen. Äh, ich kann es nicht mitnehmen. Äh, ich bin voll. Okay, aber kannst du die Munition trotzdem tragen? Nö, aber ich kann was wegschmeißen, glaube ich. Hier, kannst du mal das nehmen? Bist du da? Ja, ja, ja. Äh, Schroflindenpatrone kann ich nicht nehmen. Okay. Warte. Dachte. Äh. Weil du sonst immer alles nehmen konntest, weißt das? Ähm, gib mir einen kleinen Moment, ja. So, jetzt könnte ich die nehmen. Ja, komm her. So. Hier, Sand. Kann ich nicht... Doch, doch, doch. Ich hab's an. Du hast doch Sand. Oha. Oha. Hier, geh mal ran hier. Ja, da ist Schroflindenmonizierkatzor. Lassen. Oha. Hier ist noch ne Batterie, wenn du willst. Ey, ich hab keinen Platz mehr. Können wir... Ne. So. Was hast denn du so? Noch? Vielleicht haben wir wieder doppelt. Ah. Dein. Okay, pass auf. Stein. Eisen. Blei. Messing. Trübes Wasser. Löffel. Neun Millimeter Patron. Schmeiß alles raus. Neun Millimeter Patron. Schroflintenpatron. Federn. Eier. Kurzes Rohrkleber. So viel kann ich nicht gucken, du Opfer. Äh, Brechsand, Lehm, Klebeband, Vitamine, eine Brille, vier Heizkörper. Ähm, Dings hier, Tokens, äh, Jetons. Gammelfleisch. Ja. Ähm. Altes Geld. Lappen. Selber. Ja. Lappen. Äh, Säure. Äh, nein. Lehm. Ja. Yeah. Da war... Hab ich doch schon aufgezählt gehabt. Gass mich bitte. Wir müssen doch schon ein bisschen zusammenarbeiten. Nein. Drück S. Klick die Nägel an, drück S und dann gib mir das Eisen. Nein. Okay, dann gib mir die Nägel. Was, ja. Was hast du noch, was du vielleicht weggegeben hast? Ja, auch nicht. Ja. Hast du mir Eisen gegeben? Ja. Ah, okay. Ähm. Habst du die Nägel gesucht? Ja. Okay, ich hätte jetzt Erbsen, Neeset, Gammelfleisch, altes Geld, Jokasaft. Ne, Neeset hab ich. Neeset hab ich. Mach doch nicht so schnell. Jokasaft, Kaffee. Ja, hallo, Alter. Okay. Jokasaft. Nein. Kaffee. Nein. Ähm. Felszertrümmerer. Was? Felszertrümmerer. Ne. Knochen. Ne. Molotow Cocktails. Nein. Stofffetzen. Hä? Nein. Die hab ich dir doch grad gegeben. Plastikmüll. Komm. Geh weg, ey. Militärteile. Nein. Roter Tee. Papier, Jotons, Messinger, Heizkörper, Vitamil, Klebebe, Neem, Bruchsan, Dietrat, Kleber, kurzes Rohr, Ei. Tschüss. Verhandlungsgeschick. Hä? Aber das ist doch noch nicht alles hier. Wir haben da eine Tür, da eine Tür. Das ist echt alles. Hier gibt's nix mehr. Das ist ja, äh... Ja, hab ich mir irgendwie... Hm. Ui. Hm. Ach, diese... Ja gut, dann geh ich halt die Treppe hoch, Jasmin. Na, ich komm wieder. Oh, jetzt sind wir wieder im Erdgeschoss. Wo ist denn dieser Hauptblut? Hier ist Heizkörper. Ja, gibt's nicht. So, ich gebe auf. Ich finde den ein andermal. Aber ich... Aber ich... Lampe... Loch... Ist ja... Das bisschen im Keller ist noch nicht der Hauptblut gewesen, oder? Ist ja... Das wär eher traurig. Genau, machen wir mal die Schotten auf hier. Na ja, ich hab keine Ausdauer mehr. Wieso kann ich das denn nehmen? Da, 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 da. Ach, Stein, Stein, Stein. Hallo, hey, komm mal wieder runter. Das ist Sachgeschehen. Und ich lass mich dafür kriegst du mindestens zwei Wochen. Jo. Das ist nicht Deutschland. Äh, hier ist noch ein Heizkörper. Ja und? Ja, das ist recht, der Aufwand ist zu groß. Äh, guck mal. Wir könnten in 8784 Trim Group auch mal reingucken eigentlich, ne? Der sieht aus, als gäbe es der Hauptblut. Du mit deinem Hauptblut, das haben wir ja eben gesehen. Da, 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 da. Aber ich bin voll. Und überladen. Ja, ich bin auch voll. Äh... Müssen wir einmal die Taschen leermachen, vorzugsweise. Wir könnten ja auch eine Kiste stellen, aber ich hab da... Wieso schießt du? Wo ist dein Fahrrad? Ja, mit. Hä? Was denn? Was hab ich denn für geile Handschuhe? Ist mir noch nie aufgefallen. Hm. Mit Rundstall dran, ne? So, ich hoch. Ja, dann können wir wieder nach... Alle leer. Alle leer. Das hat nicht geklappt. So, ich geh schon mal die Taschen leer machen, ne? Tschüss. Damit wir hier eines Tages vorwärts kommen. Mhm. So. Äh... Wo wohnen wir... Wo wohnen wir? War ich da schon? Oh, Klebeband. Da war ich auch schon drin, ne? Ja. Jetzt bin ich überladen. Warte mal. Warst du bis eben gerade nicht überladen? Ach. Okay. Aber so... Überladen. Ah, ja, ja, ja. So gestaffelt und so, ne? Hier ist noch Geld. So, dann fangen wir hier drüben an. Äh... Halt ins Sappel, du. Zippe. Oh, ich würd gern mal irgendwie gucken, ob wir auch mal ne andere Stadt finden, ey. Na sicher. Äh, eine wüsste ich sogar, wo die ist. Also, ich denk mal, dass das ne Stadt ist. Da ist zumindest ein Händler. Ein großer. Ein großer, großer Händler. Bäh. Hoppala. Äh... Tack, tack. Muss mal ein bisschen laufen. Ja, das tun wir. Das tut dir gut. Bäh. Wo kommt er denn her, Alter? Äh, Messing, willst du unten? Patron, Hülsen oder oben? Egal, ich hab grad einen Herzinfarkt schon wieder gekriegt hier. Okay. Och, da kam ein Vogel. Machen wir das so? Wär ja Quatsch, wenn, ne? Lehm. Hier waren wir auch noch nicht dran, halt so wirklich. Achso, Mensch, die Chemiestation wollte ich ja bauen. Ach, ja, 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 Jasmin. Für Minuten spielen wir schon. Äh, wir machen gleich ein Ende, dann haben wir... Wir spielen so lange, dass ich das in der Mitte, glaube ich, schneiden werde. Äh, weil das sonst wieder so... ...zu lang wird. Ich werde doch mal einen ganzen Sitz, ne? Ja. Noch Geld? Ey, unsere Treppe ist ja hier voll Schrott. Äh, im Gürtel hab ich nix. Sag mal, haben wir eigentlich irgendwo Federn noch drinne? Genau. Ne, die hab ich auch gebraucht gehabt. Ah, deswegen. Papyrus. Kleber. Kleber. Leather. Papyrus. Äh, was haben wir denn hier noch? Ne Mod. Brauchst du für irgendwas diese neuen, dreckigen Wasser? Äh, nee. Kannst du kochen. Voll Kassern, dann kann ich dir auch gleich abkochen. Wieso? Ah, hier ist keins mehr drinne, deswegen. Ähm. Ja, ist besser. So, Vitamine. Vitamine und Nasch. Oh, da ist schon der Stack voll. Äh, der Mino oben, oben. So. Ach, Mensch, ich wollte doch noch was rauspacken, Jasmin. Oh, Jasmin. Du sagst aber auch gar nix, ne? Hm, äh. Äh, Dosen. Und Vitamine. Und Federn. Und Eier. So, okay, jetzt bin ich sauber. Jasmin, ich bin sauber. Ich bin jetzt endlich trocken. Mit 54 Jahren habe ich es endlich geschafft. Hm, hm. Äh. Okay. Obwohl. Im Rahmen dieser Möglichkeit. Können wir ja eigentlich schon mal hier ein bisschen weitermachen, ne? Äh, ich. Gut, wenn ich das aufwerte von hier, ja. Werde ich ja sehen. So. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ich glaube, da werde ich ein paar Rahmenformen mehr brauchen hier. Also allein für eine Lage. Ich habe jetzt 100 Stück hergestellt. Hatte noch 17, also 117. Und den Anschluss kann ich noch nicht machen, weil der muss erst aufgewertet werden, ne? Gut. Gut. So, jetzt war ja die Frage, ob wir hier noch ein Fenster reinmachen. Auf beide Seiten, dass man rausgucken kann. Ein Fenster. Aber... Das wäre hier vielleicht Quatsch, ne? Ich glaube, auf der Etage wäre das Quatsch. Dann greifen die nachher noch ständig die Basis an. Ja, Patrick, ja. Hm. Das wäre Quatsch. Ja. Das lassen wir sein, Jasmin. Das wäre echt Quatsch, ja. So ein Schabernack. Na. Uh. Wo ist es richtig? So. So. Und. So. So. Welche Höhe möchte ich denn kommen gerne? Sag mal, wenn hier die Decke, das ist zu klein. Drei hoch wäre schon... Drei hoch und dann... Oder vier. Wegen der Kisten. Äh... Ja, doch. Das ist ja Lager, ne? Wir haben ja hier ein bisschen... Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann können wir auch Schmieden und Betonmischer und so weiter hochsetzen. Doch, ich... Ja, das macht Sinn. Hast du noch Nitrat? Äh, habe ich schon weggeräumt. Achso. Aber würde das denn Sinn machen? Das ist jetzt natürlich eine andere Frage. Das hätte jetzt aber auch nach hinten losgehen können, Jasmin, nur. Aber bin ich erst mal in die Baugrube gefallen, ne? Eigentlich gesehen. Also nicht. Ne. Das kam ja außen nichts, kam das. So, dann würde der... Oh. Oh. Das könnte man ja durchgehend nach oben machen, ne? So, und dann hier. Aber ich glaube, jetzt müsste ich schon als nächstes aufwerten. Sonst komme ich da nicht mehr überall ran. So. 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 Ähm. So. So. Ich glaube, das ist okay. Ich denke, dass das eine gute Idee von mir war, Jasmin. Ich denke, dass du das auch denkst. Denn, wie jeder weiß, wenn du denkst, du denkst, du denkst, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Du darfst das nicht. Schau in meine... Ist 2023, ich kann singen, was ich will. Schau in meine Augen und dann schau in mein Gesicht. Ich bin ein wunderschönes Mädchen. Lass du nicht. Der ganze Brechsand ist ja weg. Wo ist der denn hin? Oh. Ja. Hä? Oh. War? Ja. Was, ja? Hm. Wo ist der? Ja. Was wolltest du denn machen mit Brechsand? Na, wach wohl. Hast du mein Zement aus der Schmiede genommen? Nein. Ich hab selber welche. Ich mach meins selber. Ich nehm dir nix weg, außer Patronenhülsen. Ach, ich hab gar kein Zement gemacht. Ich hab mir, ey. So bist du ja nicht dumm. Sau. Dafür ist das deine. Oh nein. Oh nein. Schade, dass nicht irgendein Mensch da ist, der dir helfen kann. Na, du schaffst. Oh nein, wenn die mich sieht, schreit die. Huhu. Hat die schon geschrien? Huhu. Nee. Wo ist die denn? Ist die schon... Hä, noch eine? Nee, die ist schon tot. Ja, ich weiß. Die ist doch in die Fallen gelaufen. Oh. Ich wollte gerade auf mich aufmerksam machen, ja. Ey, immer wenn ich rausgehen will hier. Dann bleib doch drinnen. Ja. Äh. Das war jetzt nicht ganz so genial, weil jetzt muss ich ja die ganzen Ecken von außen machen, ne. Komm ich da rüber? Hm. Giovanni Mo. Was? 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 Giovanni Mo. Was? 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 Giovanni Mo. Ja, ich hab's geschafft. Was? Was? Wie bitte? Komm ich da rüber? Nein. Oh doch. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Oh yeah. Oh no. Ähm. Malen wir mal, ist das ein Plotz. Hier, ich wünsche nur die Nebel hier. Der Nebel kommt rein, ich muss die Tüntel machen. Also, die, dass ich, glaub von der Größe her, ich könnte minimal übertrieben haben, wenn ich an den letzten Bunker denke. Ich muss das ein bisschen essen kommen, ja. Zumindest auf der Höhe, schau mal. Da habe ich nicht mehr so viel. Vielleicht braucht man auch mal bald wieder Neues. Was brauchen wir neu? Fleisch. Fleisch. Ja, jetzt muss ich wieder außen rumlaufen, Jasmin. Da ist die Mauer schon ein bisschen hoch für mich. Das muss ich ja dann auch wieder von außen machen, ne? So. Einmal die Ecken, an die ich sonst nicht rankomme. So. So. Äh, dann können wir die Innenseite auch schon einmal aufrisieren. Ja, wir können auch keine Kartoffelsaat machen, das ist das Hetzende, ne? Ich hab ja welche gefunden, aber ich muss erst mal warten, bis oben fertig ist. Ja, aber wenn du die abbaust, kriegst du ja keine Samen mehr raus. Das meine ich. Das weiß ich, was du meinst. Naja, ich hab's ja auch sehr eindeutig erklärt, was ich meine, ne? Ne. Ich mein, wär ich noch mehr ins Detail gegangen, hätt ich ein Buch schreiben können, ne? Wenn du schreiben könntest, ja. Ich hätt ein Buch malen können. Wenn du es malen könntest, ja. Äh. Da war ich schon wieder so ein bisschen forsch. Genau. Äh. Wobei, das muss ich vielleicht sogar noch später ändern, würde ich sagen. Naja. Wir schauen mal, wie gut das geht. Wie lange ist denn jetzt schon die Folge? Äh. Ja. Was, ja? Mhm. Warte, ich bin hier noch einmal, äh. nur ganz fix, ja. So. Nur zumindest einmal in Holz aufwerten. Also, ich könnte eventuell mit der Größe die Cent überdrehen haben. Ich bin mir nicht sicher, aber... Das ist schon ziemlich, äh... hoch. Patrick, was soll ich dazu sagen? Oh, hier oben vielleicht noch so ein Fenster rein? So, auf der Höhe? Oder nur so einen halben Klotz, dass da... oder den Ganzen und dann mit Gitter. Und Lichteinfall später. Ich meine, hier kommen ja auch noch Lampen hin und sowas, ne? Aber... Oh, Jasmin, dann lässt sich hier schon bald abschätzen, wie ich die Treppe bauen muss. I-i-i-i-i-i-i. Ja. Geil. Oh, das wird so geil. Oh. Das ist sehr gut. Ja, hier ist ein bisschen ärgerlich, da muss ich nochmal ran an die Wand. Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Zu schnell? Ja, ja, ja. Weil ich die schon komplett, äh... Ja, 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 ja. In Holz aufgewertet hab, aber die sollte noch gar nicht. Ja. Äh, äh, verstehe, verstehe. Ja, 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 verstehe, verstehe. So, aber das war's. Heute von uns. Heute von uns. Mit Seven Days to Die. Ja. Jasmin, erzähl weiter. Wir sehen uns morgen wieder, in allen Frische. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Na, was soll ich noch sagen? Ich freu mich, dass ihr immer so schön mit fleißig guckt. Du könntest es mit Überzeugung sagen. Ja, freu mich doch, wenn die gucken. Ja, aber dann mach doch mal, dann sag das doch mal so. Ich kann das nicht so sagen wie du so. Ja, ich hoffe, es euch hat's gefallen. Also, bis dahin, mach's gut. Ciao. So rede ich überhaupt nicht. So rede ich überhaupt nicht. So rede ich überhaupt nicht. Weißt du was? Weißt du was? Ich moderiere selber. Ich sag, ich bin schön, dass ich... Auf jeden Fall war es schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit am Start, ihr süßen Zuckerpuppen. Und dann geht wieder eine weitere Folge Seven Days to Die weiter. So, bis morgen. Tschüdelü.